ja hallo mein name ist der fleischmann ich bin der freund vom aufdecker dem andreas wahl wobei ich sagen muss ich habe mich wir muss noch nie in der wirklichen welt gesehen sondern wir haben uns über das internet kennengelernt weil also die wir ein gemeinsames interesse hatte und das war dieser führerscheintheor ist also beziehungsweise die eu ausland aus dem die fahrland ist aus einem eu ausgangsmitgliedsstaat und es hat mich halt interessiert und dann habe ich dann habe ich andreas wahl dort kennengelernt und gleichzeitig ist dann habe ich gemerkt dass er gegen gewisse anbieter dort vorgeht und und mir sind ziemlich schnell aufgefallen dass die unter gewissen persönlichkeitsstörungen leider leiden die ich mit der ich mit denen ich mich schon seit vielen jahren als laie beschäftige und mich eigentlich sehr gut auskenne natürlich bin ich nicht perfekt aber ich erlaube mir jetzt mal zu sagen dass zu 80 bis 90 prozent damit richtig liege und genau und jetzt ist das so weil der aufdecker dagegen vorgeht gegen diese leute möchte ich dabei mit eigenen videos unterstützen ihr habt mich bestimmt schon mal gesehen in meetings vom aufdecker genau aber jetzt denke ich mache auch meinen eigenen kanal weil es irgendwie kommt sonst feige rüber denke ich mir damit zu mischen aber so halt hinter dem vorhang des aufdeckers und genau und ja eigentlich sollte dieses ich kenne mich überhaupt nicht aus mit laptops und sowas und mit diesen videos hier das sollte auch erstmal ich habe schon ein zwei videos vorher gemacht ich weiß nicht wo die sind und soll jetzt auch erst mal eine übung sein aber gleichzeitig wenn ich hochladen kann denke ich mal das ist auch einen dann ein einführungsvideo von mir genau also ich bin ja total wie neandertaler sozusagen gerade und ja was dazu ist ich mache öfter so komische bewegungen oder ich stocke oder ich habe mal denkaussetz das liegt daran dass ich ads habe und vielleicht bin ich auch blöd dazu und das ist natürlich die kombination aus beiden dass ich dann immer wieder mal nicht sage aber genau ja und wie gesagt mein name ist der fleischmann und ich bin befreundet mit dem andreas war so das war es jetzt erst mal